Ich denke, von allen Seiten muss dieser Wunsch sein, Kompetenzen zu erwerben. Weil das kurz die Wege, vermeidet Konflikte. Und es ist ein Interesse von den Leuten, die hierherkommen und von den Leuten, die hier sind. Und machen wir uns nicht etwas vor. Europa ist ein Melting Pot. Und wir sehen, dass jetzt in jeder Zeitung steht, Deutschland hat nicht genug Ingenieure, wir importieren Leute und so weiter und so fort. Das sind qualifizierte Leute, die wollen hier akzeptiert werden, geschätzt werden. Nicht nur weil sie Ingenieure sind, auch weil sie Menschen sind. Die wollen als Mensch wahrgenommen werden. Das ist sehr wichtig, finde ich. Und es geht nicht nur darum zu wissen, in Deutschland ist das Frühstück sehr wichtig und man gibt sich die Hand so und so. Es geht um Akzeptanz, es geht um Werte, es geht um sich öffnen. Deswegen habe ich auch meine Firma Open Cultures genannt. Weil es geht um sich für andere öffnen und sich einfach Gedanken machen, wer bin ich, was ist meine Normalität, was ist die andere Normalität.